Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von dein, nein, Disco, ich bin total verwirrt, so viele Spiele auf einmal, ähm, was machen wir denn heute Schönes? Nein, das nicht. Ich habe gesagt, wir gehen nach Copeland erst, ne? Das machen wir auch. Der Motorrad ist vollgetankt. Weißt du was? Nein, ich brauche nichts. Äh, ja. Die Steuerung ist wieder super. Ich weiß auch nicht, was jetzt gerade war. Ich hab's gleich. Moment noch. Okay. Und tschüss. So. Hey St. John, hörst du mich? Ja, ich geh so, ich hör dich. Diese Sache, über die wir gesprochen haben, das dauert noch ein bisschen. Nein, ich muss die Sicherheit an der Grenze zu Iron Dude überprüfen. Wegen der Ripper da unten, verstehst du? Nein, Skizzle. Keine Ahnung, was du meinst. Warum erklärst du's mir nicht? Netter Versuch, Schreier. Vergiss nicht, ich halte hier auch meinen Kopf hin. Ich will das nicht bereuen. Also gut, ich melde mich später. Und mach dich in der Zwischenzeit im Camp nützlich. Zeig, dass Iron Mike mal Recht hatte. Ja, klar, was immer du sagst, was immer du sagst. Ja? St. John, Ende. Hey St. John, wo steckst du, Bruder? Ich bin hier, Skizzle, aber ich bin nicht dein Bruder. Ist mir echt scheißegal. Ich will doch nur deinem Bruder helfen. Diese Sache da, sagen wir mal, ähm, du solltest jetzt losfahren. Oh, du meinst die Grenze mit den Rippern? Sehr witzig, das meinte ich nicht. Ich wollte nur sagen, falls du überlegst loszufahren, wie ne... Ihr Drifter das noch gerne? Eine Tour machen? Wär jetzt die richtige Zeit. Verstanden? Ja, es geht so wie immer. Ich hab's verstanden. St. John, Ende. Ne, ich hab's nicht verstanden. Nochmal. Ein schöner Haufen vergewaltiger Diebe und Mörder seid ihr. Was macht ihr wohl hier draußen, ha? Auf der Suche nach leichter Beute? Da sitzt jemand fest. Ich... Ich muss helfen. Okay. Okay. Ah! Ah! Hilfe! Hilfe! Ich brauche Hilfe! Hey, hey, hey! Ist okay. Du wirst hier draußen sterben. Ich weiß, wo ein Camp ist, wo es sicher ist. Camp? Da gehe ich hin. Oh, zeig's mir! Zeig's mir! Äh, ja, noch Iron Mike. Ist bis jetzt am freundlichsten, finde ich. Hey, hey! Geh nach Lost Lake. Sprich mit Ricky Patel. Sie lässt dich rein. Danke für deine Hilfe. Das war echt knapp. Allein hätte ich es nicht geschafft. Danke. Ich heiße Deacon. Deacon. Halt den Kopf unten und hör auf. Bierflaschenfehlen. Taka sieht zwar süß aus, aber sie ist ne Hexe. So funkt, also, ja. Mir fällt nichts anderes dazu ein. Sie ist, ja. Könnte nützlich sein. Steck die Räume mal, äh, da rein. Und, ja, Copeland. Und, ja, Copeland. Ja. Deshalb Copeland. Komisches Geräusch. Da ist nix drin. Da war ich schon mal ein Bike geparkt. Da. Und, ja, ich glaube, wir fahren, aber okay. Ja, irgendwie ist die Lenkung heute nicht mein Ding. Ah, wir haben das Motorrad aufgenutzt, ne? Muss man das so drang im Willen. Oder? Scharfschützenhinterhalt, verdammt. Wo? Wo hockt der? Ich weiß nicht, wo. Wo sind wir dran vorbei? Bäume? Du warst da hinten? Wo denn, verdammt? Ich meine, ich habe es auch gesehen, aber... Hm. Es ist weg. Sie sind abgehauen. Und Pilze über. Und Pilze über. Herr, braun. So, hat sie hier was Schönes? Danke sehr. Ja, da geh ich doch jetzt nicht runter. Ja gut, wär was zum Luten, aber... Schokowatt. Schrott ist immer gut. Ja. Geh weiter. Ah ja, ich weiß jetzt wie. Ich versuch's mal. Ja. 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 Geschafft. Hallo Kumpel, du hast es nicht geschafft. Okay. Ja. Scheiße. Echt jetzt? Total übersehen. Das liegt nicht auf unserer Route. Keine Ahnung, Mann. Ich würde den CEO fragen. So steht's im Plan. Verdammt. Das gehört nicht zu meiner Route. Ach ohne Scheiß, zu meiner auch nicht. Egal. Ja. Die verlegen euch Jungs doch ständig. Ich habe bestimmte Stops, die ich machen muss. Zeitabhängige Tests, die ich durchführe. Fallen, die geprüft werden müssen. Hey. Sagen Sie das dem CEO? Ich mach den Plan nicht. Und ich mache auch nicht die Rotation. Aber ich... Danke für die Info. Klar doch. Kein Problem. Tja, um deinen Dienstplan musst du dir wohl keine Sorgen mehr machen, was? Ja. Danke für euer Benzin. Benzin. Stopp. Benzin. Tanken. Dann mal los. Oh, dann mal los. Ja, weiter. Sorry. Fertig. 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 Oh. Okay. Hey, 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 ho. Wo ist der Vogel? Ah, da. Hey, Damon. Wie läuft der Waffenhandel? St. John, ich hab einen Job für dich. Schöp. Manny soll an deinem Bike arbeiten? Nur unter einer Bedingung. Ich muss was für dich tun. Ja, schon klar. Ich will, dass du dich um ein Plünderer-Camp bei den verbrannten Hütten am Cascade Highway kümmerst. Weißt du, welche ich meine? Ja, das kenne ich. Funk mich an, wenn du Fragen hast. Okay. Prüfe den letzten bekannten Standort. Er kam nicht zurück. So, Manny. Wie geht's dir, Mann? Mhm. Erstmal auftauen. Schön wie eh und jemand. Aufbewahren. Nutzen. Satteltaschen können mit Zusammens. Oh, Munition beladen werden. Während du draußen unterwegs bist. Jeder Camphändler kann deine Satteltaschen gegen Bezahlung wieder auffüllen. Behalte das Fassungsvermögen deiner Satteltasche im Auge. Es gibt je nach Typ unterschiedliche Größen. Halte A gedrückt, während du hinten an deinem Bike bist, um die Munition aus der Satteltasche zu nehmen. Hey, super. Das sollte eine Weile halten. Ja. Oh ja, ein sehr schöner Stück. Sehr schön. Cool. Brauchst du noch was? Optik. Ich packe das für dich ein. Gute Wahl, Mann. Gute Wahl. Haben wir schon das Beste. Und das? Nee. Haben wir auch. Und Lackierung. Cool. Akzent. Akzent. Lackierung. Ich dachte, hier gibt es auch... Okay. Okay, Mann. Danke, Mann. Restgeld. Gute Wahl. Und hier. Oh. Alles klar. Kommt sofort. Oh, Erststufe drei. Hm. Was habe ich denn für eine Waffe dabei? Die habe ich im Moment. Okay. Ich bin ja ein totaler Fun von der Armbrust. Na dann. Oh. Oh. Willst du was kaufen? Nein. Ich nehme ein scharfes Schützengewehr mit. Oh. 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 Habe ich schon alle? Ich habe doch schon gekauft. So. Oh. Gut. So. Oh. Bis dann. Nun gut, aber ich würde sagen, im nächsten Part machen wir weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentarttipps und Tricks immer, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, im nächsten Mal machen wir das Camp. Denn, okay, es wird jetzt ein kurzer Part, aber ihr wisst ja, bei mir dauert Camp einnehmen ein bisschen länger, weil ich ja versuche, alles zu schleichen. Also, nächster Part wird länger. Bis dahin. Adios.